Vor gut anderthalb Jahren erfolgte der erste Spatenstich für die Naunhofer Ortstangente. Entlang derer ist ein Wohngebiet mit 23 Grundstücken geplant. Im letzten Jahr erfolgte dann der erste Spatenstich für die neue Kita am Rande des Gebietes. Der Standort ist bewusst gewählt. Ja, er ist ja nicht zufällig an dem Standort gebaut worden oder wird hier gebaut. Es geht eben darum, auch für die neu zuziehenden Bürgerinnen und Bürger Möglichkeiten zu schaffen, hier ihre Kinder nahe zum Wohnort vernünftig unterzubringen. Kostenpunkt knappe zwei Millionen Euro. Licht durchflutet soll sie sein und Platz für einen Turnraum und fünf Gruppenräume haben. Am Vormittag des 12. Januar trafen sich Vertreter der Stadt im dichten Nebel vor dem Bau. Ministerin Petra Köpping, selbst einmal Naunhoferin, freute sich, den Fördermittelbescheid, über 515.000 Euro aus dem Investitionspaket Brücken in die Zukunft überreichen zu können. Finanziell ist der Bau gesichert. Aber genauso trüb wie das Wetter ist auch die Freude über den Bau in Naunhof eingetrübt. Der Grund ist die vermeintliche Befangenheit der Stadträtin Doris Meinel. Diese war bis September 2017 auch im Vorstand des Kinderlandvereines aktiv, der sich für die Betreibung der Kita bewarb. Ein Sonderstadtrat am Tag davor nur zu diesem Thema brachte erneute Diskussionen hervor und letztendlich stimmten acht Abgeordnete gegen die Befangenheit und fünf dafür. Michael Eichhorn, für die Linken im Naunhofer-Stadträt aktiv, sieht ein sauberes Verfahren gefährdet und kritisiert den Vorgang. Da wird den bösen Anschein alleine vermeiden müssen, dass in der Befangenheit oder irgendein Interessenkonflikt vorliegen könnte. Die Mehrheitsverhältnisse ändern sich nicht. Wir nehmen uns nichts, Frau Meinel als Befangen zu erklären und damit sicherzustellen, dass wir die Kita einwandfrei betreiben können. Der schlimmste Fall wäre, wir treffen eine Entscheidung und es wird im Nachhinein festgestellt, sie war befangen und die gesamte Entscheidung ist damit ungültig und wir verzögern das Ganze dadurch noch weiter. Also das würde bedeuten, wir müssen das Verfahren dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal von vorne aufrollen. Befangenheit ist in der Gemeindeordnung geregelt. Sind bestimmte Voraussetzungen für eine solche vorhanden, sind persönliche Beteuerungen nicht relevant. An sich nichts Negatives, denn jeden Anschein von Korruption gilt es für die Sache zu verhindern. Kinne muss als amtierender Bürgermeister nun mit der Entscheidung gegen die Befangenheit umgehen und bleibt optimistisch. Der eigentliche Mehrwert der Sitzung war, dass die Frau Meinel selbst erklärt hat, eben zukünftig an Sitzungen, Beschlüssen, Verhandlungen, Beratungen zu diesem Thema nicht mehr teilnehmen zu wollen. Das fand ich ein gutes, ein richtiges, ein wichtiges Signal. Aber er braucht eine sichere und rasche Lösung, damit der Träger vergeben werden kann, damit nicht die Kita zwar fertig ist, sie aber dann leer steht.